Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal und somit zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder angeschaltet habt und heute soll es um Dive In von Gossip Box von mir gehen. Los geht's! Dive In! Wie haben wir digitales Magazin? Und wir schauen einfach rein. Hier ein bisschen etwas hier viel rutscht, aber macht nichts. Das erste Son-Detourist-Produkt von Symbiosis London und das ist Face Exfoliator. Nächste von Queshi Tropical Scrub. Von Mermaid & Me Shampoo Power Papaya. Hier sehe ich leider nichts, nichts geschrieben, was für eine Marker oder brennt. Aber super hübsch, gut gemacht. Und der letzte ist Bilou, Lippen-Oil. Schauen wir einfach rein. Nein. Jo, so süß. Und die Box ist Empty. Was hatten wir eigentlich hier? Ist Bilou. Bitte fokussieren. Bilou. Ja. Ohne Marke. Hier ist Queshi. Symbiosis. Und Mermaid & Me. Die Box hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich freue mich auf eure Meinung. Schreiben Sie sehr gerne in die Kommentare. Also ihr Lieben, ich verabschiede mich und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis nächstes Mal. Tschüss. Bis nächstes Mal.